roto school ist einfach unsere kunden zu bilden weil er gebildeter kunde ein guter kunde ist ein kunde was nicht weiß der baut auf seine alten systeme weiter und entwickelt sich nicht und wir sind in einer extremen extremen zeit der markt entwickelt sich jeden tag geht immer weiter geht immer weiter und die kunden müssen sich an diesem markt anpassen und immer sehr innovativ sein am meisten beeindruckt hat mich eigentlich das thema lvl ist klar das ist natürlich für die zukunft ein ganz wesentliches produkt das sich das sich so wie es momentan ausschaut auch im markt durchsetzen der holzbau hat sich in den letzten jahren enorm entwickelt sind viele neue produkte auf dem markt und aus diesem grund ist besonders wichtig dass die planer die architekten die fachplaner sich sehr viel fortbilden und weiterbilden weil die universitäten sicherlich nicht so schnell in der großen fläche in der lage sind sehr in der tiefe auszubilden deswegen ist es sehr sehr wichtig dass es darüber hinaus veranstaltungen gibt wo genau diese neuesten erkenntnisse dieser enormen entwicklung den menschen beigebracht wird damit sie das eben auch anwenden können ich bin ein riesen holz fan weil einfach das material sich einfach gut anfühlt es ist warm es ist beim verarbeiten leicht zu händeln und der macht einfach spaß mit diesem produkt zu arbeiten es gibt mehr an planungszeit und es gibt natürlich auch mehr an arbeitszeit in der jeweiligen zimmerreihe also in dieser abgeschlossenen hülle aber in summe dieser drei situation kann man immer davon ausgehen dass man mit dem berkstofvollze viel schneller bauen kann und im prinzip auch zu fast die der jahrzeit sie müssen aufpassen dass in kein wasser in die porsche die seminarii che vengono organizzati qui sono estremamente costruttivi i temi variano dal tema sprettamente costruttivo poi ai dettagli l'acustica reazione al fuoco che sono temi che comunque sono sempre più importanti nel mondo dell'edilizia all'inno wir müssen zusammenarbeiten oder für mich ist wirklich die kollab das kollaborative arbeiten zusammen können wir solche grossprojekte eigentlich heute stemmen weil wenn jeder da in seiner kleinen kammer gewisse sachen macht und nie miteinander redet dann können wir diese grossprojekte in diesem zeitdruck den wir heute haben gar nicht mehr gar nicht mehr machen weil es ist ja so wenn ich schnell wohin will gehe ich alleine wenn ich weit gehen will muss ich zusammen gehen i think the event here especially with the company roto place is a very very nice very nice country and it's very important for the peoples to connect to connect us together so to connect a researcher like i am with carpenters with the industry and so on and that gives us the possibility to discuss to discuss beneath the presentation the or presentation we give and discuss with the wine class and yeah i think that's that's a nice nice place to come together and thank you for that to roto place so